Cypherpole Aegis Zero, das Beste, was die Weltregierung aufzubieten hat, die Spezialeinheit der Weltregierung und, so wie Oda das sogar bestätigt hatte in der SBS, die stärkste Einheit unter den Cypherpole Einheiten, denn sie haben nur einen Vorgesetzten, beziehungsweise eine Gruppe von Vorgesetzten und das sind die Tenryu B2 selbst und demnach natürlich die Gorosei und vermutlich natürlich auch Imusama, aber ich denke, Imusamas Befehle werden sowieso durch die Gorosei weitergegeben. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, die Gorosei werden jetzt schon in der neuen Welt sehr, sehr lange aufgebaut, wir haben sie im Grunde bereits im Punk Hazardark gesehen, als wir diese Übertragung hatten, wo Caesar Crown seine neue Waffe vorgestellt hatte, dann haben wir sie gesehen in Tressrosa mit Doflamingo und diesem Verwirrspiel, dass er bei den Shishibukai ausgetreten ist. Im großen Whole Cake Island Arc hatten wir Stassi, die persönlich auch ein bisschen Einfluss in diesem Arc genommen hat, hat beispielsweise ihren Unterweltkollegen Dufeld getötet, als der sich an der Tamate Bakebox zu schaffen machen lassen wollte und jetzt sind wir im Wano Kuni Arc, beziehungsweise im Onigashima Arc und dort haben wir sie jetzt direkt und zwar als Gegner für die Strohhutbande und wir wissen, sie haben einige Aufträge mittlerweile dazu bekommen. Der erste Auftrag war eigentlich nur, den Tod einer ganz bestimmten Person zu bestätigen. Und da wir immer noch nicht ganz genau wissen, welche Person hier gemeint ist, haben wir uns natürlich alle ein paar Gedanken gemacht und das offensichtlichste wäre wahrscheinlich der Charakter WhoisWho, ebenfalls ehemaliges Mitglied einer Cypherpole Einheit, der Cypherpole 9 und er wurde bestraft, weil ihm die Gomogomonomie abhandengekommen ist. Das ist eine ziemlich harte Strafe, also können wir davon ausgehen, dass die Gomogomonomie sehr wichtig für die Weltregierung war und wir wissen auch, dass die Weltregierung kein Versagen duldet. Auch das haben wir bei der Cypherpole 9 nach Innis Lobby gesehen, denn die waren erst einmal Geächtete, wo natürlich auch Spandam einen großen Anteil hatte, dass diese nun als Geächtete gegelten haben. Aber einige von denen wurden ja dann später Mitglieder der Cypherpole AEGIS Zero und die anderen sind vielleicht immer noch irgendwo in Cypherpole Einheiten. Vielleicht existiert die Cypherpole Einheit 9 sogar noch oder wir werden sie noch kennenlernen. Aber die Charaktere, die wir jetzt auf Onigashima haben, ich glaube, die haben wir vorher so in diesem Sinne noch gar nicht gesehen, denn auch die Silhouetten, die Größen von diesen Charakteren und vor allem die Stärke dieser Charaktere, naja, die können wir nicht gut mit den anderen Mitgliedern der Cypherpole 9 vergleichen. Ich glaube eigentlich nur, dass Rob Lucci dazu in der Lage wäre, aber es ist eine beeindruckende Stärke. Wir haben gesehen, dass ein Supernova der schlimmsten Generation, ein ehemaliger Topiropo von Kaido, absolut keine Chance hatte gegen einen von diesen Charakteren und wir dürfen nicht vergessen, das war kein richtiger Kampf, der war blitzschnell beendet und wir dürfen natürlich auch zugeben, DS Drake hatte schon einiges auf dem Carepulse gehabt, der hat schon einiges abbekommen in diesem Arc, aber alles in allem war das trotzdem für ihn ein wenig blamabel oder der Cypherpole Einheit Agent war einfach zu krass. Aber kommen wir zurück zu diesem Auftrag. Welchen Tod müssen sie bestätigen? Ist es wirklich Who is Who? Denn umso weiter diese ganze Geschichte geht und umso mehr Who is Who aus der Geschichte genommen wurde, denn nach seiner Niederlage von Jinbei haben wir ihn absolut gar nicht mehr gesehen, können wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass es sich um einen anderen Charakter handelt, vielleicht um Monkey D. Ruffy und auch hier hätten wir wieder die Verbindung zu Who is Who und zur Gomu Gomu no Mi. Auch das würde sehr gut passen und das passt ein wenig auf den Folgeauftrag bzw. die Folgeaufträge, die sie jetzt im Nachhinein bekommen haben, denn alleine sind die Cypherpole AG Zero Agenten nicht mehr. Mittlerweile sind andere Cypherpole Einheiten nachgerückt, denn ein großer Auftrag wurde jetzt verkündet. Genau, Kaido, man geht davon aus, dass er hier nicht fallen wird, aber man geht davon aus, dass er sehr geschwächt sein wird und dann möchte die Weltregierung Wano Kuni ein für allemal erobern, annektieren, denn die wollen nicht mehr, dass irgendein Pirat dort die Herrschaft ergreift und die wollen auch nicht, dass Wano Kuni frei ist. Und wir wissen es, Wano Kuni war noch nie ein Teil der Weltregierung. Sie waren höchstwahrscheinlich auf der Seite damals beim Großen Krieg im leeren Jahrhundert auf Joy Boys Seite und deswegen möchte die Weltregierung nun die Kontrolle über dieses Land haben und ich glaube, da geht es ein bisschen mehr als nur um Seestein, weil sie wissen, dass Wano Kuni noch einmal sehr wichtig sein kann auf die Ereignisse, die noch folgen werden. Aber wir haben natürlich noch andere Aufträge bekommen, natürlich eine der wichtigsten Aufträge und der vielleicht wichtigste überhaupt, den sie haben können. Sie sollen endlich Nico Robin entführen, sie sollen sie gefangen nehmen und zu den Gorosei bringen. Natürlich könnte man davon ausgehen, dass sie ins Impel Down geworfen wird, aber ich glaube, Nico Robin wäre dafür viel zu wichtig. Ich denke, gerade der Grund, dass man sie am Leben lassen möchte und nicht einfach tötet, was irgendwie offensichtlich wäre, dass man einen so wichtigen Charakter einfach umbringt, damit er eben nicht die Geheimnisse, die er weiß, weitererzählen kann. Und das ist ja das Größte, das Gefährlichste an Nico Robin, nicht mal ihre Kräfte. Die sind auch beeindruckend, aber natürlich die Fähigkeit, die Pornoglyphen zu lesen, ist für die Augen der Weltregierung das Schlimmste, was passieren kann. Aber sie möchten sie lebend haben, also könnte ich mir vorstellen, dass sie selber an den Informationen auf den Pornoglyphen interessiert sind. Auch Black Maria hat ja so etwas Ähnliches gesagt, auch wenn es ein bisschen grausam klingt. Ja, wir reißen dir die Arme und die Beine aus und dann zwingen wir dich dazu, die Pornoglyphe für uns zu übersetzen. Also keiner ist so wirklich am Tod von Nico Robin interessiert, aber natürlich stellen wir uns hier die große Frage, werden sie es schaffen, Nico Robin hier zu entführen? Dazu gibt es natürlich auch wieder zwei Meinungen. Auf der einen Seite würde ich sagen, klar, warum nicht? Es würde zum großen Krieg gegen die Weltregierung einleiten, aber könnte man ohne Nico Robin schon vorher nach Laugh Tale segeln? Das ist etwas, was ich so gar nicht sehe, denn ohne Nico Robin dorthin zu segeln, bringt wahrscheinlich auch gar nichts, weil wir davon ausgehen können, dass dort auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Pornoglyph steht, das vielleicht das Rio Pornoglyph abschließt, damit man die wahre Geschichte kennt. Und ich würde es nicht gut finden, wenn die nach Laugh Tale segeln würden, dann wieder zurück segeln würden, Nico Robin holen, der große Krieg bedingt, und wir gehen ganz am Ende nochmal nach Laugh Tale und finden dann erst heraus, was das One Piece ist. Das wäre alles ein bisschen komisch, deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass Nico Robin entführt wird, weil ich auch keinen Zwischen-Arc irgendwie fühlen würde. Natürlich könnten wir so einen Chase-Arc bekommen, wo man dem Schiff der Weltregierung, der Cypher-Polar Aegis Zero, hinterherjagt. Und wir bekommen vielleicht nochmal so eine kleine Schiffsschlacht, aber eine Schiffsschlacht sehe ich eigentlich gar nicht kommen, auch wenn Oda das immer mal wieder angekündigt hat. Naja gut, man könnte sagen, am Ende des Hawking Island-Arcs hatten wir so etwas Ähnliches. Aber kommen wir noch einmal zurück. Ja, die Flotte der Weltregierung, sie steht gerade so ungünstig vor Sonisha und wir haben ja gesehen, was mit der Flotte von Jack auf so passiert ist. Ja, die hat auch nicht lange ausgehalten und diese Schiffe werden auch gegen Sonisha nicht lange aushalten. Davon abgesehen, glaube ich nicht, dass da irgendein sehr starker Charakter dort ist. Die sollten einfach nur die Reihen der Cypher-Pol auffüllen, damit die auch so etwas wie eine Armee haben, weil man kann natürlich davon ausgehen, selbst wenn Kaido absolut geschwächt ist, dass er immer noch ein paar Bestien-Piraten auf den Beinen hat und es gibt natürlich auch noch hier und da andere Gegner, die müssen auch in Schach gehalten werden. So einfach wird eine Übernahme von Wano Kuni auch wieder nicht. Und dann sind wir schon hier beim zweiten Thema, denn ich glaube auch nicht, dass Wano Kuni eingenommen wird, weil es würde auch hier von der Story nicht so wirklich viel Sinn machen, denn wir arbeiten von Anfang an und dieser Arc geht jetzt mittlerweile auf die vier Jahre zu, darum, dass Wano Kuni frei ist. Wir haben gesehen in diesem Arc und das wurde super dargestellt, wie die Leute gelitten haben in den letzten 20 Jahren. Ach, was rede ich, sogar 25 Jahren, weil es war ja schon schlimm, bevor Oden zurückgekehrt ist und langsam wird es Zeit, dass diese Leute, die gerade um ihre Freiheit kämpfen, die alles riskieren, auch dann ihre Freiheit bekommen. Und wir wissen natürlich, dass es wichtig ist, dass Wano Kuni geöffnet wird. Das ist wichtig für die ganzen Prophezeiungen, die wir kennen. Und es ist natürlich auch wichtig, auf dem Weg von Ruffy irgendwann der Piratenkönig zu werden. Und ich sehe eigentlich Momonosuke auf dem Thron der neue Shogun sein und in meiner Vorstellung sogar Kinemon an seiner Seite als sein Ziehvater und bester Berater. Würde mir am besten gefallen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt sie mir aber doch mal gerne in die Beschreibung. Aber was hätten wir jetzt für einen Status? Nico Robin nicht geschnappt, entkommen und auch Wano Kuni nicht erobert bekommen. Und danach sieht es stark danach aus. Denn sie haben ja mittlerweile mitbekommen, dass die Allstars, die Kaiserkommandanten von Kaido gefallen sind. Und da haben sie gesagt, wir müssen mal so langsam hier aus Unigashima verschwinden. Das ganze Schloss hier brennt sowieso. Hier gibt es nichts mehr für uns zu holen. Und höchstwahrscheinlich dann eben auch Nico Robin nicht. Aber wir haben auch gleichzeitig gesehen, dass die Gorosei schon bereits davon ausgehen, dass man Nico Robin einkassiert hat. Und haben wieder so einen kleinen Auftrag durchblitzen lassen. Nämlich, dass man dafür sorgen soll, dass in diesem Krieg vielleicht der ein oder andere Charakter tot sein wird. Und das könnte eventuell hier wieder auf die Strohhutbande zielen. Weil die ist jetzt ein ganz großer Dorn im Auge der Weltregierung. Sie waren vorher schon gefährlich. Und wir haben uns immer wieder gefragt, ja, warum werden die nicht so als die gefährlichste Piratenbande überhaupt eingestuft? Klar, es gibt die Kaisercrews, aber die Strohhutbande hat eben nun mal Nico Robin. Aber ich denke, jetzt ist es mittlerweile soweit, ja. Das Fass ist übergeschwappt. Und jetzt sehen sie die als Bedrohung. Und denken, die werden so geschwächt sein nach dem Kampf gegen die Bestienpiraten und Big Mom. Ja, da wird nicht viel von ihnen übrig bleiben. Da können wir auch mal dafür sorgen, dass die nicht ins Gefängnis von Kaido landen. Sondern, dass wir tatsächlich hier ein paar bestätigte Tode haben. Worüber wir uns dann im Nachhinein nicht mehr Sorgen machen müssen. Und das hat vielleicht sogar schon angefangen, dass sie versucht haben, Strohhutmitglieder zu töten. Und wir kommen jetzt zu der Szene mit Zorro. Und dem Schnitter, dem Sensenmann, dem Gott des Todes, dem Shinigami. Ihr habt ihn alle gesehen. Wir haben alle viel schon diskutiert darüber. Und bis jetzt ist nicht bestätigt, wer diese Person ist. Ist er vielleicht nur eine Halluzination von Zorro? Oder steckt mehr dahinter? Bereits rund um Kapitel 1038 haben wir kräftig diskutiert und spekuliert, wer könnte diese Gestalt sein? Ist es tatsächlich ein Shinigami aus dem Totenreich? Durch die Yomi Yomi no Mi, der Totenreichfrucht von Brook, wissen wir ja, dass das Totenreich in One Piece existiert. Und dass dies ein Ort ist, wo man eben auch eine gewisse Verbindung knüpfen kann. Brook benutzt beispielsweise die Kälte aus dem Totenreich für seine Attacken. Aber gibt es da tatsächlich Shinigami, die kommen auf die Erde, um die Sterbenden abzuholen? Ich bezweifle das doch stark. Denn wir haben schon den ein oder anderen Charakter sterben sehen in One Piece. Auch wenn das nicht sehr viele waren, wie öfters mal kritisiert wird. Aber es sterben Charaktere. Und manche sterben und werden dann direkt wieder wiederbelebt. Wie das beispielsweise im Tressrosa Arc mit Lao G war, der für kurze Zeit tot war, aber dann wieder gelebt hat, weil er schon so alt gewesen ist. Und bei Marina Ford haben wir eben Ace sterben sehen und wir haben Whitebeard sterben sehen, aber wir haben diese Gestalt vorher noch nicht gesehen. Klar, das könnte jetzt etwas komplett Neues sein. Und jetzt geht es ja auch direkt um eines der Strohhutmitglieder. Aber um eines der Strohhutmitglieder, wo ich mir im Grunde eigentlich, ja, zu fast 100% sicher bin, dass der nicht sterben wird, weil er einfach der absolute Fanliebling überhaupt ist. Wir reden hier immerhin von Zorro, dem besten Schwertkämpfer der Welt. Vielleicht jetzt noch nicht, aber spätestens am Ende der Story. Und deswegen fragt man sich natürlich, wer könnte sonst diese Gestalt sein? Ist es vielleicht Broke? Ja, er sieht zumindest Broke ziemlich ähnlich. Und Broke könnte man schon hier verwechseln. Und da würden natürlich auch wieder Halluzinationen hineinspielen. Gut, für Halluzinationen muss da nicht unbedingt jemand stehen. Aber das würde das Ganze natürlich ein bisschen verstärken. Und Halluzinationen sind schon sehr wahrscheinlich bei Zorro. Denn wenn man sich mal ein bisschen die Ursachen für solche Erscheinungen ansieht, dann weiß man große Erschöpfung, ja, Dehydration, großer Blutverlust, Drogeneinfluss. Und genau darunter steht ja Zorro. Und die lassen so langsam nach. Das Wunderheilmittel der Minx hört auf zu wirken. Er kann seinen Körper nicht mehr bewegen. Er war ja vorher schon nicht in der Lage, den Körper zu bewegen, bevor er es eingenommen hat. Und jetzt sind natürlich auch noch zusätzliche Schmerzen und Wunden dazugekommen im Kampf gegen King. Also es ist nicht auszuschließen, dass Zorro sich das alles nur einbildet. Aber bildet er sich komplett diese Gestalt ein? Oder steht da jemand anders? Und da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Natürlich, klar, Broke könnte es sein. Es wäre vielleicht der logischste Schluss. Aber wie wäre es, wenn es einer der Cypher-Polar-Age Zero-Agenten ist? Denn gerade dieser Cypher-Polar-Agent, der zurückgeblieben ist in diesem Gästezimmer und die anderen informiert hat, die anderen beiden, ja, der könnte sich auf den Weg zu Zorro gemacht haben. Denn er hat ja die anderen beiden auch informiert darüber, dass King besiegt wurde. Und er wusste vielleicht auch davon, dass jetzt Zorro dort wehrlos ist. Und vielleicht hat er in gewisser Weise irgendeine Fähigkeit, um sich eben in so einen Shinigami, so einen Schnitt dazu verwandeln. Und deswegen ist es gar keine Halluzination von Zorro, sondern er ist tatsächlich in diese Form und greift jetzt Zorro an. Auf der anderen Seite könnte sich aber auch Zorro das Ganze nur einbilden, denn gerade die Gewänder der Cypher-Pol und gerade dieses Agentens, das sieht auch schon krass danach aus, als würde das eben so dieser Sensen-Mann sein können. Aber ich werfe jetzt mal einen ganz verrückten Charakter rein. Und ich glaube, die meisten wollen das nicht. Aber für mich würde das ein bisschen Sinn machen. Und dieser Charakter wird in diesem ganzen Video sogar nochmal an einer anderen Stelle auftauchen. Und auch da ist es eine sehr Aluhut-mäßige Theorie. Aber irgendwie macht sie auch Sinn. Ich werfe jetzt hier mal Karibu hinein. Ja, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ja, Karibu, der müsste doch noch unten auf Wano Kuni sein. Wie soll der denn auf Onigashima auf einmal auftauchen? Und warum sollte der sich jetzt hier mit Zorro anlegen? Naja, zum einen haben wir die Hartpiraten, die auch gleichzeitig mit Karibu damals unten waren und jetzt irgendwie oben sind. Und bevor Oda hier irgendetwas erklärt, warum es eben zwei Jean Bartes gibt, weil es dann eben sein Zwinningsbruder ist oder das nur ein Zufall war, vielleicht sind sie mit nach oben gekommen. Und vielleicht ist Karibu mitgekommen. Hey, sogar Shinobu könnte irgendwie dort mit nach oben geflogen sein, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Aber die Möglichkeit besteht ja, denn wir haben ja auch gesehen, dass Momonosuke, bevor er oben bei Kaido war, auch erstmal quer in diesen Schädel reingedonnert ist. Und dann könnten die ja abgesprungen sein. Aber gehen wir mal weiter. Karibu, warum sollte er jetzt Zorro töten? Naja, weil das von Anfang an irgendwie irgendwo sein Plan gewesen ist. Wir gehen mal ein bisschen zurück in den Reunion-Arc. Wir waren wieder in Sabah Odi. Wir haben gesehen, die Fake-Strohutbande hat sich im Ruhm der Strohutbande gesonnt und hat Mitglieder rekrutiert. Und einer von diesen Mitgliedern sollte Karibu sein. Aber Karibu hatte kein großes Interesse in der Strohutbande zu sein. Der wollte berühmt werden als derjenige, der die Strohutbande erledigt. Er wollte sie einschleichen und dann von innen alle heraus töten. Und im Grunde zwei Kapitel weiter. In Kapitel 605 kommt er ja mit der Strohutbande mit nach Fishman Island in so einem Fass. Und auch dort erklärt er selber nochmal den Plan. Okay, das Ganze mit der Fake-Strohutbande, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich wurde hinters Licht geführt. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, die Strohutbande zu töten. Und er hat es wieder versucht. Und sein ganzer Werdegang auf diese Fishman Island-Geschichte hat dafür gesorgt, dass er immer versucht hat, die Situation für seine Gunsten auszunutzen. Er hat die mehrjährigen Frauen entführt. Dann hat er die Schätze gestohlen. Er hat herausgefunden, wer Poseidon ist. Es ist wirklich einer der wenigen Charaktere, die wissen, was eine antike oder wer eine antike Waffe ist. Und ich finde, diese Information hat Oda nicht zufällig diesen Charakter gegeben. Dann hat er sich mit den Mitgliedern der Big Mom Piratenbande angelegt. Nämlich mit Pekoms und mit Tamago. Und was hat er gegen Pekoms eingesetzt? Tatsächlich, Leute, eine Sense. Und vielleicht ist dieser Umhang, die dieser Sensenmann trägt, gar kein Umhang. Sondern es ist die Schlammfrucht oder die Sumpffrucht von Karibu. Könnte doch sein. Also natürlich fehlt hier ein bisschen die Ähnlichkeit. Aber das könnte durch die Halluzination ausgelöst sein. Und vielleicht hat er sich jetzt gedacht, hey, jetzt ist die große Chance. Die Strohutbande ist geschwächt. Die können sich kaum bewegen. Jetzt kann ich die einzeln ausschalten. Ich kann jetzt versuchen, sie einzeln zu töten. Dazu würde auch passen, dass Frankie gerade dorthin unterwegs ist, um zu helfen, um Zorro zu retten. Und Frankie würde natürlich einen Karibu, was er vorher im Grunde auch in Kapitel 605 gezeigt hat, ganz einfach beseitigen. Also das würde mir schon eher gefallen, als wenn es einer der Cypher-Pollagenten wäre. Weil da hätte Frankie vielleicht das ein oder andere Problem und wäre vielleicht gar nicht stark genug, diesen zu besiegen. Und da sind wir wieder an der Stelle, wo wir dieses ganze Video angefangen haben. Nämlich, was passiert mit den Cypher-Pollagenten, wenn alles schief läuft. Wenn sie keinen Tod bestätigen können, wobei ich das vielleicht nicht ganz ausschließe. Who is Who könnte definitiv hier noch sterben. Wenn sie keinen töten können. Wenn sie die ganze Insel nicht erobern können. Wano Kuni nicht annektiert können. Und wenn sie Nico Robin nicht gefangen nehmen können. Was passiert mit diesen Mitgliedern? Wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Mit Who is Who als bestes Beispiel. Mit der Cypher-Poll-9. Sie würden geächtet werden. Es würde eine große Strafe auf sie warten. Das heißt, sie müssen mit irgendetwas. Und wenn es noch so klein ist, zurückkommen. Wo sie sagen können, wir haben zwar unseren Auftrag nicht erfüllt. Aber wir haben hier was Gutes mitgebracht. Und auch dort fällt mir Karibu ein. Warum? Ich habe es vorhin schon gesagt. Er weiß, wer Poseidon ist. Und vielleicht versucht er mit der Cypher-Poll dort zu verhandeln. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Information, auch das habe ich ja vorhin schon gesagt. Vom Oda zufällig an diesen Charakter weitergegeben wurde. Ich habe ein bisschen damit gerechnet in der Vergangenheit, dass er sich damit einen hohen Rang bei Kaido erkauft. Er war dann doch nur irgendwie der Gefangene. Aber bei der Cypher-Poll, vielleicht kann er sich damit die Freiheit erkaufen. Oder vielleicht sogar eben davon absehen, irgendwie zum Sklaven zu werden. Wir warten ab, würde ich sagen, an dieser Stelle, was sie genau damit machen. Aber das wäre zumindest ein Fund, womit sie sich dann am Ende des Arcs, wenn alles andere scheitern sollte, bei den Gorosei rausreden können. Und damit wäre natürlich Shirahoshi in absoluter Gefahr. Denn die Gorosei sind die Letzten, die wissen dürfen, was oder wer eine antike Waffe ist. Natürlich kann man jetzt ein paar Gegenargumente bringen. Und auch die möchte ich natürlich aufzählen. Und ich glaube, das Größte wäre, ja, aber wenn Karibu jetzt die Strohbande verrät, beziehungsweise sich auch mehr in die Gefilde der Cypher-Poll-Null begibt, warum hat er dann Ruffy zweimal geholfen? Wir hatten es einmal in der Udon-Gefängnismine, als er eben diese große Teleschnecke abgedeckt hat mit seiner Sumpffrucht und somit diese keine Informationen weitergeben konnten an die anderen Bestienpiraten. Und er hat natürlich Ruffy etwas zu essen gegeben, damit man den wieder hochpäppeln konnte. Ja, das sah ja eigentlich ganz vorbildlich aus. Aber auch hier an der Stelle muss man wieder schauen, hat das Karibu gemacht, weil er sich Ruffy anschließen will, weil er Ruffy unterstützen will oder weil das seinen Vorteil genutzt hat. Denn er war ja natürlich auch im Vorteil, dass er dadurch aus der Udon-Gefängnismine herauskam. Er hat direkt auch seinen Vorteil ausgehandelt mit Ruffy und hat gesagt, ich helfe dir zwar, aber du musst mich dann nach diesem Arc, na gut, nicht mit diesen Worten hat er es natürlich nicht gesagt, aber du musst mich, nachdem Kaido besiegt ist, mitnehmen. Ja, ich möchte auf der Sunny mitfahren und wohin soll es dort gehen? Das ist auch so eine große Frage, die ich mir stelle, denn ich sehe Kaibo nicht unbedingt als neuestes Mitglied. Und dass man ihn zu Koribu, zu seinem Bruder zurückbringt, finde ich auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und im nächsten Arc brauche ich den Charakter auch nicht. Denn so eine große Rolle hat er im Wano Kuni Arc eben auch nicht gespielt an dieser Stelle. Und dann, ja, warum hat er das Essen Ruffy gegeben? Wo hat er das Essen überhaupt her? Hat er es für Ruffy besorgt? Nein, er hat es natürlich für sich selbst besorgt. Er hat ja auch selbst noch gesagt, das war eigentlich für mich gedacht, aber ich gebe es dir jetzt, weil ich darin wieder einen Vorteil für mich gesehen habe. Und jetzt ist er oben eventuell auf Onigashima, sieht seinen Vorteil, versucht vielleicht Zorro zu töten und wenn er in die Fänge der Cypher Pole dabei geraten sollte oder sich vielleicht sogar in diese Richtung bewegt und mit denen verhandeln möchte, auch das würde für mich irgendwie Sinn machen. Klar, das alles ist ein bisschen eine Aluhutstroh-Theorie, aber es könnten auch andere Dinge passieren. Aber ich finde, die Anzeichen sind auf jeden Fall da. Die Fakten sprechen dafür. Im Grunde spricht kaum etwas dagegen und ich sehe ein solches Szenario kommen und somit könnten wir auch ein bisschen das Problem lösen, dass Karibu nach diesem Arc mit der Strutbande mitsegelt. Soviel zu meiner Meinung, zu meinen Theorien. Ich bin auf eure gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen Ideen haltet. Wie wird es weitergehen mit der Cypher Pole AEG Zero? Was haltet ihr allgemein von dieser Spezialeinheit bisher? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Theorien und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Ich sage Ade!